Link, auch genannt. Hey, ich prall einfach mal von allem ab. Quark, hier muss auch irgendwo der... Wir müssen unten vom Wasser Teleporter geben. Oh, ernsthaft? Oh, wie viele hier immer so Lucky Shots, womit sie mich treffen. Vor allem, wenn ich irgendwo festhänge, yay! Boom, Punt! Ja, ja, bla, 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 das ist geliebt. Das ist wiedersehen. Das ist Blumensamen vergraben. Werde ich machen. Alles klar, viel Glück. Das ist eine Schaufel. Was auch schön ist, wenn man, ähm, wenn man, äh, sich zu nah an dem Stumpf zurück teleportiert und die Viecher hauen ab, sind dann abgehauen und dann, ähm, ja. Wird man ins und zurück teleportiert und man denkt sich so, hm. Oh, ich spüre wie meine Erinnerung langsam verblasst. Bitte spiel mir ein Lied. Oh, ich spüre wie meine Erinnerung langsam verblasst. Bitte spiel mir ein Lied. Ja, ja! Ja! Boom. ein linker den getötet damit ich habe nur getan was er wollte ist keine ausrede vom mord bastard bush ob ich von bush abgeprallt da ist der zwerg da waren wespen drin glaube ich da war ich ja im letzten moment noch aus ich frage gar nicht erst wank wank sie sieht ja normal aus wirst kein erfahrer junge wank ich wohne einst in kakeriko ich frage mich oft wie es meinem kollegen geht wank bitte bring mich doch zu ihm ja quack 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 mit soße eigentlich wieder seinem zwerg ein frosch frosch von chrono trigger meine gute sache du hast meinen kollegen gefunden vielen dank du bist ja jederzeit willkommen wenn du ein schwert härten lassen willst oder draußen wieder reingehen den frosch von chrono trigger kennt man glaube ich auch aus einer anderen aus einer anderen spielerei die aber hier in europa unbekannt ist ach da bist du wieder du bist hier in der schmiede immer gern gesehen können wir dir helfen schmiedet mein schwert gut angebot schmiede hat 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 stirbt stirbt du und 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 glück und schwert ist stärker geworden spürst du hier enorme kraft aber es funkelt immer noch blau und gerade direkt hier nochmal oder da bist du wieder ich mir immer gern gesehen können wir dir helfen schmiede beim schwert jetzt gut gut jetzt ist es schon können wir das schwert nicht schmieden tut mir leid gut ok ich weiß gar nicht was wir da auch irgendein material finden es gibt auf jeden fall stufe 4 so jetzt aber noch das wichtigste was die mobilität angeht stimmt das kann auch sein dass man schwert irgendwo rein werfen mussten ne ne unglücksteig kannst du nichts rein werfen das müsste auch hier so eine filmquelle sein aber jetzt muss ich dem geier nicht beibringen wo er hin zu fliegen hat immerhin bei der fetten fehl kriegst du die silberpfeile ich vergesse immer das war hier weil ich nicht ducken kann ey ne ne da wo du auch ähm den bummerang verbessert hast und so weiter das hier ist auf jeden fall das ding wo man mehr waffen mehr mehr bomben und mehr pfeile und die spielerei machen kann was soll dass wir das maximum erreicht hast dann gibt es hier nicht eine kröten wie das geht nicht tschüss haha da denkst du so ja geil Miststück ja ja aber damit sind wir jetzt am ende des Streams angelangt Und wir machen weiter bei A Link To The Past. Ich hoffe, ich setze mich jetzt hier nicht wieder so hardcore in die Nesseln. Ah, er hat gerafft, dass ich online bin. Nice. Ich hoffe, ich setze mich jetzt hier nicht wieder so in die Nesseln wie beim letzten Mal. Es wird auf jeden Fall viel Arbeit beim Schneiden geben, das weiß ich jetzt schon. Und das Erste, was wir machen, wäre sozusagen mein erster Guide, um dem guten Eddie mal Konkurrenz zu machen. Und zwar holen wir uns jetzt erstmal sämtliche Flaschen. Ja, die Erste hatte ich schon geholt. Natürlich, da war es nicht. So, welche Hütte war es denn? Ich höre dich auf den Nerv. Die Hütte hier, genau. Die Erste hatte ich schon geholt. Deswegen hier gibt es die Erste Flasche. Könnte euch noch ein Begriff sein. Und eine Brummwand. Aber schön, dass die Wachen einem nicht mehr ganz so viele Probleme machen. Ja, die zweite Pulle gibt es hier bei dem Kameraden. Flaschen, schöne Flaschen. Na gut, der ist direkt ein Turbaut. Flaschen, schöne Flaschen. Haben Herr schon eine meiner Flaschen? Nein, so trete näher. Mein Angebot wird Ihnen sicher gefallen. Blablabla, 100 Rubine. Alles klar, Dankeschön. Damit hätten wir Flasche Nummer 2. Können wir da drüben in die Schattenwelt? Ich weiß es gar nicht. Na ja, gehen wir oben durch den Wald. Denn Flasche Nummer 2 gibt es in der Schattenwelt. Deswegen hupfen wir durch den Teleporter. Und flitzen dahin. Bats! Wo die Schmiede sind. Ist hier auch irgendwas Besonderes? Hier, wo die Schmiede sind. Denn wenn wir den Schmiedekumpel abgegeben haben, dass wir hier das Schwert Nummer 3 bekommen haben, müsste hier eine genau diese Truhe... Das Schloss, diese Truhe ist von innen verschlossen. Nehmen Sie umgeöffnet mit. Was wir nicht machen dürfen, ist hier irgendwo runter... Doch, sie springt. Ah, okay. Dann war das nur der Zwerg, der nicht hinterher springt. So, was machen wir mit der Truhe? Wir gehen runter in Richtung Wüste. Ne, die Bombe war es. Die Bombe, die springt dann so mit runter. Wir gehen runter in Richtung Wüste. Falls ihr euch erinnert, in der Lichtwelt ist unten in der Wüste. So ein netter Kerl, der nicht redet. Mit diesem Schild neben sich. Was, wenn wir es durch die Gegend werfen. Er dann anfängt zu meckern. So, als wenn wir es tragen. Folgt. Nein, 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 nein. Du dumme Truhe, du. Oh gut, sie ist noch da. Ich dachte gerade... Hä? Hä? Okay. Muss ich jetzt nicht verstehen So, hier spiegeln wir uns in die Normale Welt, wo war da unten? So, du weißt, dass ich ein gesuchter Wied bin, der Schlüssel öffnet wie keiner, na gut, dann öffne ich dir eben die Truhe, aber versprich mir, mich nicht zu verfeifen. Und, Nummer 3. Gibt es hier nicht irgendwo eine Fee? So, dann mal auf zum Dinget, zur letzten Flasche. Hui, dumm. Was haben wir denn hier Schönes? Auch noch eine Fee, die wird dicht besiedelt hier. So. Was ist das jetzt eigentlich? Ja, Kämschein zu passen. Ausnahmsweise. Au! Sag mal, was... Sag mal, was ist heute los? Das ist ja nicht nur heute. Menschenskinder, ihr Stalker. Hahaha. Na, Bienen. Besser. So. Besser. So. Aber... Da. So. 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 Boah, lauf kleines Mädchen. Lauf. Uah. Am Baum. Na, welche Brücke hier dürfte es gewesen sein. Na. Weil es diese Säckeln ist immer wieder schaffen sich so direkt hinter einen zu dübeln. Verdammter Zoras. Ich habe euren König bezahlt. Das ist doch die Brücke gewesen sein verdammter Axt. Vor allem ist es immer so dieser Bruchteil einer Sekunde ist, dass er einen erwischen bevor man losreden. Mann 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 ey. Stimmt hier konnte man noch nicht mal tauchen um irgendwas auch immer auszuweichen. So. Hat er das Geräusch auch so sehr vermisst wie ich. Ich sehe Link du steckst in Schwierigkeiten aber Mühe kann ich dir nicht geben. Wer kennt das nicht? Hey Dude ich habe Probleme. Hier ist eine Flasche. Oh cool. Danke. Kleere. So. Damit hätten wir alle vier zusammen. Ich bin gespannt ob die Flöte hier funktioniert. Jetzt killt mich der Zora. Aha. Das hat was really close. So. What's the Hölle war hier ein entsprechender Feenbrunnen. So. Nennen. Verdammtes Ungeziefer. Da muss doch irgendwo verdammtes Herz drin sein. Ich glaube das muss ich hier definitiv mal ein bisschen zusammenkürzen. Hier gab es nur ein Herzteil. Hier gab es keine Feen meine ich. Moneten. Da waren Herzen. Diese Stille. Ich kann euch gleich vorwärts sagen alle Herzzeile werde ich nicht holen weil es hier mindestens zwei gibt die auf Lack basieren und da habe ich absolut null Böcke dazu. Ich meine bei der Diebeshöhle oben da gibt es Feen. Ich schmeißt das hier ständig durcheinander mit ähm. dem in Anführungszeichen Nachfolger Teil auf dem 3DS Link Between Worlds. Ja ich werde alt. Wenn ich es immer schaffe genau diese Ecke zwischen den Büschen zu erreichen dass man ja abprallt. genau hier müssten wir doch in einer Feenhöhle landen hoffe ich doch zumindest. Was? Nur das Herzteil gab es hier. Ich dachte ernsthaft dass man hier in einer Feenhöhle landet zusätzlich. Gott war ich mich denn damals hier in dem Game ähm mit Feen versorgt verdammt nochmal nicht. Au. Da war einer oben bei den Holzfällern. Mh. 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 das klingt doch auf jeden fall schon mal ganz gut was kannst du eigentlich so jetzt auf jeden fall ein wenig gerüstet gegen mein fehlen so wenn ich mich recht entsinne gibt es auch jetzt hier im nächsten abschnitt die erste stärkere rüstung dass man nicht mehr ganz so auf die hörner bekommen total ungewohnt dass sie nicht um einen so vor allem herumfliegen ich frage mich immer noch was das für ein komischer vogel ist gibt es aber keine höhle meine ich sie leine zora so auf in den besten level und zwar den eis level da so so schlitter schlitter eine bombe total so wer sich hier in den raum rein begibt wo sich mit den viechern zu betteln dem ist nicht mehr zu helfen definitiv nicht der kompass karte haben wir noch nicht ja danke dafür so ihr müsst wie hier so toll warum machte dieses ding auf einen das ist doch unfair auch verfehle ich die viecher treff aber da oben die verbrennen komplett okay das hätte ich nicht erwartet einfach nur ein killer encounter warum dürfen die dinge einfach mal so in die richtung ändern das so unfair hat er wirklich gerade nur ganz kurz in die andere richtung geruckelt die sau naja komm nimm mal den bogen na tatsache ich dachte gerade hier kommt diese dieser kraft den hätte ich jetzt gebrauchen können ich möchte meinen greifen umhagen oder fehler die würde auch schon lang was ist das going down hallo kumpels brennt danke für das gespräch lieber erstmal gucken bevor man irgendwo rein geht nicht dass es hinter einem dann klunk macht und man denkt sich so gott eis stacheln und bombe dieser raum ist bestimmt designt worden von dem viel erwähnten blizzard mitarbeiter der damals noch bei nintendo war von barlow und zwar malte als er einen schlechten tag hatte danke dafür vorhin schieben können wir die dinge in alle richtungen ziehen können wir sie nicht könnt ihr verstehen wenn er sich nicht festhalten könnte aber auf jeden fall den boski zum also den boski brauchen wir um die kiste aufzumachen also ist es eh relativ hinfällig nicht mehr sich ach du scheiße nein 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 ach was war das denn plötzlich kann sagen wir sind außer reichweite erschlecken feuerwerk manche hast du hier so keine ahnung so ein angrenzendes pixel ist oder sowas wo du plötzlich karte schüssel gott aber den fischern habe ich eigentlich immer das glück wenn ich drauf haue dass sie dann sofort anfangen zu blitzen so ich werde dich ich vergesse als dass man hierbei nicht mit dem schwert das darf ein sammeln kann doch ich habe noch einen schlüssel ernsthaft ich piekse mich an den scheiß dingen das machen wir doch jetzt mal mit ein wenig ae doch kennt noch kann man schon ich gesagt nicht meine erinnerung bis heute war schon waren das ist ein schöner raum definitiv ein schöner raum doch wir haben noch ein key wo habe ich denn den key her was ist das ding den hätte ich wahrscheinlich sparen können und hätte dann an einer anderen ecke zwei schlüssel haben können ernsthaft naja jedenfalls gehen schöne grüße raus an den tomatenmann mofft der mal wieder unterwegs ist wenn ich striebe kannste ja mal schöne grüße an den stream raushauen und ich halte dich da mal ins mikro so und an den isekail der gerade in is mir übel rum macht und auf montage ist mit dem hammer konnte man den nicht eine schöne ist hier bis ich das damals rausgefunden dass man dem scheiß ding an der zunge ziehen kann alter auch wenn er so dass das einzige ist was hier im raum ist noch mal das ganze grüße in stream aber ganz besonders dich mein freund habe viel spaß mein stream und ihr auch so jetzt war es immer mal einfach sendung so das hast du jetzt davon ach ja die kollegen auf youtube ne quatsch da oben war die so wo waren wir denn noch nicht überall wir müssen nach unten vor allem da sind zwei türen wo irgendwie gar nichts dahinter angezeigt wird hier gibt es noch einen raum ach so das werden auf oder abgänge sei nachher auch wieder kiste das ist der grand key ja jawoll ja komm nukleare eskalation ja komm nukleare eskalation das halte ich drauf haben dann müssen wir halt das skill mit massenvernichtungswaffen kompensieren kann sagen gib mir mana gib mir mana ne gott ey hoppl 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 von unten bin ich gekommen gott ey ich habe gerade überhaupt keinen plan wo ich hin muss was soll das irgendwo ganz außen die 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 große kiste ist gar eins sind wir ok mal sehen ob eis im eistempel funktioniert das feuer definitiv effektiver nein die roten lassen aber definitiv mal unten fang wo ist sein brudi was war denn hier drin der endboss das war doch relativ souverän das war doch relativ souverän wahrscheinlich die kenner hängen jetzt da es so abkürzen können vorhin wenn er den enterhacken gedacht hast ja das stimmt das hätte ich was soos das ist das ist das ist die Untertitelung des ZDF, 2020